Ich bin Annemarie Seifert, Hilders und eine gebürtige Hilderserin. Ich möchte die vorgegebenen Sätze in das Hilderser Blatt umsetzen. Im Wänder flüge die trockene Bläder in die Luft rümmen. Es heiert gleich auf die Schnee, dann wird es weiter wie besser. La'kohle auf, die Melich soll boll koch. Der Gott Oldquiz ist mit dem Güll durchs Eis gebrochen und ist ins Kohlwasser gefolge. Er ist für vier oder sechs Wochen gestorben. Das Feuer war so stark, die Kochen sind ungehaft verbrannt. Er isst die Eier immer ohne Salz und Pfeffer. Die Füße tun mir auch weh. Ich gleich, ich hund sie durchgelaufen. Ich bin bei der Frau gewaßt und hund sie gesöht. Und sie hat gesöht, sie will sie auch über meine Sö. Ich will sie auch nicht mehr machen. Ich hau gleich den Kochlaffel um die Ohren, du, auf. Wo gehst du hin? Soll ich mit dir geh? Es sind Schraubezüde. Kent, du bliebst hier unge Stinne. Die Böse ganz bisse dich sind tot. Du hast heute auch Meister gelernt und warst auch brav. Du darfst früher hein gehen bei die anderen. Du bist noch nicht groß genug, eine Flasche Wein einzutränken. Da musst du noch ein bisschen was. Sei so gut und sag dir eine Schwester, sie soll die Kleider für meine Mutter fertig nähen und mit der Bürste sauber machen. Hast ihn gekannt. Dann wär's anders mit ihm gekommen und es wird besser immer stehen. Da hat mein Kug mit Fleisch gestohlen. Er hat so getan, als hätte sie uns zum Tröschel bestellt. Sie hat es selber auch gemacht. Wann hat er die neue Geschichte verzahlt? Man muss ja krisch, sonst versteht er ihn nicht. Man ist müde und Hundtorscht. Als wir gestern Abend heinkommen sind, lag er die anderen schon im Bad und haben festgeschlafen. Die Nacht ist der Schnee bei uns linnenbleicht, aber heute mache ich, er ist fortgetaut. Hängen uns im Haus stehen drei schöne Apfelbäume mit rote Apfellerie. Wann euch noch einen Moment auf uns warten, dann gehen wir mit euch. Ihr dürft nicht so einen Blödsinn machen. Unsere Bauch sind nicht euch hoch, eure sind viel höher. Wie viel Pfund Wurst und wie viel Brot wollt ihr haben? Ich verstehe euch nicht. Ihr müsst ein bisschen wieder schwarz. Hat euch nicht ein Stück gewisse Seife für mich auf meinem Tisch gefangen? Sind Bruder, weil sich zwei schöne neue Häuser in eurem Gartenbau das Wurde kommen vom Herzen? Das war recht für euch. Was setze da für Vögelere auf der Neuere? Der Bauer hat fünf Äuße und nü Köh und zwölf Schöpferi fürs Dorf gebracht. Die wollten verkauf. Die Lüte sind heute all duise auf dem Feld und mehe. Lauf nur, da brühe Hünd tut dein nischt. Ich bin mit einer Lüte hängen über die Wiese. Ich bin mit einer Lüte